Bei uns im Unternehmen ist es ein bisschen anders als in einem großen Konzern. Das ist ein familiäres Verhältnis und das ist es, was die Firma Hahn Automation ausmacht. Mein Name ist Jan Vogt, ich bin Teamleiter im Bereich Robot & Vision. Hahn Automation ist ein Sondermaschinenbauer. Wir sind speziell im Automotive-Bereich tätig für die Automobilzulieferindustrie. Wir bauen Montage- und Prüflinien. Wir sind in unserem Team speziell für die Kamera- und Bildverarbeitungstechnik zuständig. Wir legen Robotersysteme und Kamerasysteme aus. Man hat zum einen Kundenkontakt, man arbeitet bei uns im Labor, man arbeitet draußen im Feld an den Anlagen selber, man arbeitet beim Kunden vor Ort. Das generelle Aufgabenfeld ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Wer Technik faszinierend findet, findet auch eine vernünftige Aufgabe bei uns. Hahn Digital steht für digitale Lösungen, überwiegend im Support. Ein Produkt ist die Augmented Reality-Brille. Sinn und Zweck ist es, dass bei einem Fehler, der in der Anlage auftritt, der Kunde diese Brille anziehen kann. Wir können uns hier vor Ort bei der Hahn Automation auf diese Brille aufschalten und wir können dann genau das sehen, was unser Kunde sieht. Wir müssen uns nicht in den Flieger setzen, um einen Fehler aufzudecken, sondern wir können das direkt über eine Fernwartung analysieren. Das Thema ist ganz klar, wir automatisieren die Technik von morgen und da möchte halt eigentlich jeder dabei sein. Da kann ich nur dazu einladen. Generell ist die Firma Hahn Automation ein sehr junges Unternehmen. Ein Unternehmen, wo der Zusammenhalt stark ist, wo wir gemeinsam Projekte absolvieren, gemeinsam Projekte mit unseren Kunden so schaffen, wie sich der Kunde das wünscht. Die Benefits, die die Firma Hahn Automation liefert, sind für den Mitarbeiter sehr groß und das ist das, was wir als Mitarbeiter auch an dieser Firma so schätzen. Wir haben auch einen sehr offenen Umgang untereinander, sodass auch jeder seine Ideen mit einbringen kann. Die Produkte, die wir bauen, das sind Produkte, die sehr innovativ sind. Es macht sehr viel Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Das ist ein familiäres Gefüge, vor allem auch, weil es sehr heimatverbunden ist, das Unternehmen. Ich bin geboren im Hunsrück und dementsprechend bin ich auch froh, hier zu arbeiten. Ich bin geboren im Hunsrück und dementsprechend bin ich auch froh, hier zu arbeiten.